Morgen oder morgen auch Ist der Sub-Zerkam wieder online? Na? No, it's hot No! Adios, ich musste dir vorhin mal was zeigen, was vorhin... Ich lass mal im Teiros-Foto im Bild Was vorhin der Masterchef und ich in dem Programm haben Auf dem Arsch runter Ähm... Ich möchte doch in YouTube sein Screenshots Ähm... Dann ist das Bild So... Gut, wir müssen Outer City speichern Wenn das weg wäre, können wir uns nochmal aufnehmen Okay... Okay... ... Okay... ... Piddle ist der Time Oh, what, no Mega Upload, das ist schon wieder laut, ne Ach so So viele Leute haben uns aufgerufen Oder so viele Leute rufen uns auf Kann man nicht mehr laden Krass Mega Upload, das neue Nicht schlecht Sehr schön Sehr schön Ich hoffe, wir laden den Screenshot-Ordner, glaube ich Ne, da waren wir es nicht laden Ach, kommen wir den Screenshot rein Kannst du mal den Screenshot-Ordner unterladen Gute, die Aufnahmen wäre jetzt verdammt flüssig Das ist ja Wahnsinn Ja Was jetzt funktioniert dann mit dem Action Geiles Programm eigentlich, ne Das läuft bei der Premiere für sich Ähm, Dings Hier, Bench Das wird jetzt circa die Gleihe Gucken wieviel Aubovol hat er meinen Lock heute BAY 44 und das beste 183 am 13. Januar auf der meisten Homepage und dann voll durch Facebook und dann 1 4 5 5 6 6 7 7 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Hilfe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was the fuck? Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Entschuldigung! Das wird gesehen in der Topf. Was? Nein, ich habe einen Punkt. Okay. Ich bin bei Betta. Ah ne, mit Tüt. Auschwitz, Metro. Voll. Ja, super, war der Runge. Das ist so strange. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Endlich haben wir den Weg hinter der Mauer, bis zu Deppern. Die 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 Mauer, bis zu Deppern. Ich habe schon mal die Mauer, bis zu Deppern. Die Mauer, bis zu Deppern. Ich habe von 5$ verdient, mit YouTube. Hey. Ja. So geil. Wir müssten eigentlich mal so einen AK-Kanal machen, wo wir einfach Gameplays von AK-Leuten hochladen. Keine Ahnung, dass wir fahren. Dass eigentlich jeder von uns Zugriffen erfahrt. Und dass einfach die Leute ihr Rollladen können und dass wir fahren ihre Gameplays zeigen können. Die Relust hat. Ich glaube, bei einer spielt auch noch Daisy. Ach, wie kann man so lange Daisy spielen? Ach, bei einer spielt jetzt Daisy. Und. Ja, kann der sein. Ah, das spielt schon. Die Kabel ist im Moment. 100, auf zu 70, zu 172. Äh, 472. 478, zu 472. Oh, und der neue Apple-Wallhausen. So... ... ... ... ... ... ... ... Hehehe Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020